Amira Pocher ist von Wolke Sieben mit Mann Oliver abgestürzt. Die Ehe ist am Ende. Amira will nicht mehr, plauderte kürzlich ein Insider aus. Wenig später bestätigten beide selbst, dass es momentan kriselt. Sie wollen angeblich um ihre Liebe kämpfen. Doch jetzt ist die Moderatorin plötzlich in einer Datingshow zu sehen. Amira Pocher sucht nach der Liebe des Lebens. In der neuen Sendung My Mom, Your Dad sucht sie allerdings nicht selbst einen Mann, sondern will alleinerziehende Eltern zusammenbringen. Auf Kreta treffen zwölf Single-Mütter und Väter aufeinander. Was sie noch nicht wissen, ihre erwachsenen Kinder leben nicht weit entfernt in einer Villa, beobachten das Geschehen und können sogar selbst eingreifen. Die Kids verkuppeln also ihre Eltern. Erst am Ende der Sendung erfahren die Eltern, dass ihr Nachwuchs die ganze Zeit dabei war. Entscheiden sie sich für den gleichen Traumpartner bzw. Traumpartnerie, werden sie Amira Pochers entscheidende Frage, wer hat auf der Insel sein neues Liebesglück gefunden? Am Ende mit Ja beantworten, ab dem 15. August ist My Mom, Your Dad wöchentlich um 20.15 Uhr bei Vox zu sehen.